Im Laufe der Zeit, dann auch mit euch zwei, ist diese, also ich habe das Gefühl gehabt, diese Härte und diese Verbissenheit habe ich verloren. Das ist, und das war so eine Anspannung in meinem Körper, die mich so starr gemacht hat, im Vorwärtspreschen. Und das habe ich verloren. Also das merke ich einfach, dass ich jetzt lockerer da sitze und mit so viel mehr Freude und Leichtigkeit mein Geschäft mache. Und das merke ich ja, das merkst du ja im Kundenkontakt, da kriegst du direkt dann das Feedback drauf. Also das ist wirklich, das ist schon das schönste Geschenk. Ja, Bettina Gruber aus Salzburg. Ich bin seit 20 Jahren leidenschaftliche Referentin und Beraterin für pädagogische Fachkräfte. Und als Bewegungs- und Tanzpädagogin biete ich großartige Aus- und Weiterbildungen für angehende Kindertanztrainer. Mein Hauptgedanke war, wenn ich jetzt wirklich 100 Prozent freiberuflich durchstarten möchte, dann spüre ich das in mir, dass ich da jemanden brauche, der mich begleitet. Weil ich ja aufgrund dessen, weil ich schon so viele Jahre diesen Wunsch hatte, die alleinige Freiberuflichkeit zu machen, aufgrund dessen habe ich ja gewusst, wie unglaublich schwierig das auch sein kann und wie hart das ist, die Eigenmotivation aufrecht zu erhalten. Ja, und das war dann der ausschlaggebende Punkt. Der allergrößte Unterschied, das weiß ich ganz klar, ist diese tiefe Gewissheit, dass das gut ist, was ich mache. Und nicht nur gut, sondern außergewöhnlich gut. Und dieses außergewöhnlich gut gibt mir die Kraft, weiterzugehen. Also das habe ich wirklich von euch mitbekommen. Und das auch so wahrzunehmen, zu sehen und es auszusprechen, das hätte ich mir vorher jetzt nicht traut. Ja, die Geschichte läuft im Kopf. Das ist so präsent und so bewusst worden in der Arbeit mit euch. Ja, ich muss nur sagen, ich bin einfach viel ruhiger und stabiler. Dann läuft es, es kommen neue Aufträge daher, mit denen ich ja niemals gerechnet habe. Das hat dann schon so eine Anziehung, denke ich. Ich mache es ja schon so lange, ich mache das ja jetzt schon seit 20 Jahren. Und ich bekomme heute ein Feedback, da geht mir das Herz auf. Also das Thema Preisgestaltung, das ist ganz klar, da hat sich irrsinnig getan. Also das ist 101. Ich habe das meinen Teilnehmerinnen gar nicht zugetraut, dass die das zahlen. Also das ist schon irgendwie ein verrückter Gedanke. Und das hat sich jetzt absolut verschoben. Und das macht mir dann auch, das ist auch für mich als Rückmeldung eine Wertschätzung für mein Angebot. Wenn ich dann in einer vollen Gruppe sitze, und es ist einfach, es ist eine Riesenfreude. Also, Michelle Lea und die Lea sind die lästigsten Coaches, die man sich vorstellen kann. Wahnsinn, wirklich. Und wer so eine harte Nuss ist wie ich, der ist da wirklich unglaublich gut aufgehoben. Ja, das sind zwei Wunderfrauen, die das auf sehr galante Art und Weise dann schaffen, den Bogen zu spannen. Was ich an euch zwei auch wahnsinnig schätze, ist, ihr harmoniert so, wie Eiweiß und Eidotter. Das ist einfach, das geht runter. Also ich kann mir keine besseren Coaches vorstellen als ihr zwei. Diese Pole sind genial. Ihr bringt unterschiedliche Aspekte rein. Und die Art, Fragen zu stellen, ist, boah, ja. Boah, kann schlaflose Nächte verursachen. Immer wieder Tränen. Aber so viele Freudentränen auch, wie ich gehabt habe mit euch. Das ist, ja, da geht das Herz auf.